Heute sprechen wir über die besten Elektrokamine. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Elektrokamine. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 der Elfüge Elektrokamini Elektrokamine AI 621 von der Füge hat unserer Meinung nach ein Lässigen, das den traditionellen Analoganae kommt. Sein Korpus ist so gestaltet, dass er genau wie Mauerwerk aussieht, aber er besteht aus Kunststein, was ihn extrem langlebig und klimabeständig macht. Da dieses Gerät aus Kunststein besteht, ist es ziemlich schwer, aber es kann nicht versehentlich umgestoßen werden. Insgesamt ist der Kamin attraktiv, wobei hervorzuheben ist, dass er sich nicht gut in einen dunklen Wohnbereich einfügt. Dieser elektrische Kamin kann ihr Zuhause gemütlicher und wärmer machen, wenn ihre Wohnzimmerwände weiß sind. Nummer 4 Elf Elektrokamine Elektrisches der Elf Elektrokamine 114.754 zeichnet sich durch einen trendigen und zeitgemäßen Stil aus, der jeden ansprechen wird. Sein verchromter Korpus hat ein unverwechselbares und edles Erscheinungsbild, das sich perfekt in jede Jugendstil-Renneneinrichtung einfügt. Dieses Gerät hingegen kann in jedem Wohnzimmer und sogar im Wintergarten an einem kühlen Herbstabend eingesetzt werden. Es heizt nicht nur den Raum, sondern lässt sie auch das Feuer sehen und sorgt auf Wunsch für eine romantische Note. In diesem Elektro-Kamin wird eine proprietäre Optiflamme-Magenzeichen-Technologie verwendet, um einen realistischeren und faszinierenderen Feuereffekt zu erzielen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3 Däuber Elektro-Kamin Elektrische Der Däuber Elektro-Kamin erinnert dank seines Winterge-Designes an die Holzkamine unserer Kindheit. Ein solches Desichen ruft bei jedem Genutzer nur nostalgische Gefühle hervor, aber das Modell 103.240 ist ein echter und moderner Elektro-Kamin mit all seinen Vorteilen. Es entsteht kein Rauch oder Ruß mehr, da kein Schornstein benötigt wird. Der Korpus des Kamins besteht teilweise aus Kunststoff und teilweise aus Metall. Dadurch ist der Elektro-Kamin extrem leicht und wiegt weniger als 7 kg. Dadurch kann die Platzierung je nach Bedarf schnell und einfach verändert werden. Nummer 2 Klastein Lausanne Elektrische Kamin Ein Kamin soll mehr als nur Wärme in ein Zuhause bringen. Es schafft auch eine warme und romantische Atmosphäre. All dies bietet der Klastein Elektro-Kamin ohne Rauch und Trus, die ein herkömmlicher Kamin erzeugt. Wenn Sie also Ihre Liebsten mit einem Essen bei Kerzenschein überraschen möchten, können Sie diesen elektrischen Kamin einschalten, um ein Wohnzimmer mit einer romantischen Atmosphäre und dem Schein einer simulierten Flamme zu erfüllen. Die Meeresteine tragen zur Schönheit und Gemütlichkeit der Atmosphäre bei. Und die Nummer 1 unserer Liste Demplex Elektro-Kamin Beim Betrachten des Räucherholzes in einem Kamin entsteht ein besonderes Gefühl von Gemütlichkeit. An einem nassen Herbststaben träumt praktisch jeder davon, in einem Lieblingssessel in der Nähe des Kamins Tee zu trinken. Doch wie heißt es so schön, alles hat zwei Seiten, und der Kamin macht da keine Ausnahme. Er produziert neben Genuss und Wärme auch Rauch, Staub und Trus. Daher möchten wir Ihnen eine gute Alternative empfehlen, wie den Elektro-Kamin 114.938, der alle Vorteile eines echten Kamins ohne die oben genannten Nachteile bietet.